Ah, wo bin ich denn jetzt wieder? Ich hab grad voll Herzrasen irgendwie. Arsch! Hallo? Arsch! Einfach nur Arsch! Ich werd einfach mit ner Granate vollbombiert. Oh, das ist voll cool hier. Ich mag das. Ich muss hier für immer bleiben. Oh, ja. Alter! Alter! Was ist? Mich wollte jemand in die Luft jagen und hier sitzt einfach... Michelle sitzt einfach in unserem Bett und guck mich an! Nein, ich guck auf die Poster, die hier hängen! Ja, genau, auf die Poster. Sagt ihr, sie uns gilt auch nicht. Ich bin innocent. Ich guck mir die Poster nur an, die schönen Poster. Mann! Wer bist du? Oh. Oh, schau. Oh, schau. Lalalalalala. Oh, wie cool! Ich will hier drauf auf. Oh, cool! Oh, cool. Das find ich geil. Wer ist das? Vairia, guck mal nach oben! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Da war ich gerade auch schon. Boah, schön für dich. Bitte nicht runter. Fall nicht runter und stirb. Äh. 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 Was machst du da? Das ist aber sehr... Äh. Ja, kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Hä, hast du sie gekillt? Nein, die ist runtergefallen, aber lass mich bitte in Ruhe! Hä? Hä? Er ist mal mit Feuer unterm Bett. Man kann nicht spielen. Scheiße. Vor allem hast du hier gekillt und da sind überall Blutspritzer an der Wand. Hä? Kommt das nicht auch vom Mund abheilen? Mann. Ich muss erst reingucken. Bitte vergewaltigt meine Leichen nicht. Ähm, doch. Warte. Ne. Äh. Ne. Ne. Äh. Hab sie. Ey! 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 Wich du's machst los! Ey. Ey. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ey, wie kann man sich denn von Sachen zu Sachen schwingen? Das kann man nur als Deathly schiffen, glaube ich. Oh, cool. Ich will wieder protected sein. Ich will auch, wie Spider-Man durch die Gegend springt. Geht auch als Traitor. Geht das? Ja, super. Geht auch als Traitor. Ist doch super. Oh, hallo, wer ist das, wer ist das, ah, hallo, mir das, hallo, oh cool, nein, nicht böden, bitte, Mann, du kannst auch gar nicht sterben, ey, noch nicht, jetzt nicht mehr schießen, bitte, das wär nicht so geil, ich möchte, dass du das hier nimmst, Moment, wo bist du? Und dass du damit den Traitor tötest, der ist instant tot, und wenn das kein Traitor ist, stirbst du auch. Warum gibst du mir so ne komische Waffe, was ist das? Du machst das jetzt, ich möchte das gerne. Ja, klar. Ich möchte das deswegen, machst du das jetzt? Warte, ich will das auf der Aufnahme haben. Da, da haben wir das. Warte, ich will das auf der Aufnahme haben. Du musst E drücken, um das aufzunehmen. Du bist so dumm, ne, du bist auf den Traitor-Shop, du Arsch. Hä, das gibt's, wo seid ja wohl jeder. Du siehst doch, dass ich Detektiv bin. Nimm jetzt die Waffe. Ja, ich töte dich. Hey, ja, genau, nimm ich doch, da bist du Traitor. Ich guck mir das jetzt von beiden an, das ist lustig. Tötet Lara. Ja, sie ist ja auch wahrscheinlich. Ja, dann schießt sie auf. Warum hast du das nicht gemacht? Das war lustig. Oh, oh, sorry. Ich hab auf die falsche Taste gedrückt. Dann macht das jetzt jemand an, ja. Ich mach's. Warum kommt ihr mich so an? Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann! Nein, warte, warte, warte! Wer war's denn jetzt? Und es hat mich einfach getötet. Hä? Warum wohl? Habe ich gewonnen? Yay! Ja, was, warum wohl? Ja, du Arsch, du hast sowas Traitor. Haha, ich hab gewonnen. Ich war Traitor. Echt? Ja. Hey, du siehst doch, dass ich kein Traitor bin. Hey, was sollen wir denn jetzt machen? Was sollen wir machen? Canyon, oder so? Voll gut, ich musste nichts machen. Ne, zu fünft. Wuhu! Hä? Ich will auch springen! Yay! Hey, da liegt ne Aloha-Puppe! Ja? Ja! Oh, ich will auch da runter. Oh, cool, hier liegt ne Aloha-Puppe! Oh, ich hab ein pinkes Dach. Ah! Oh nein! Oh, immer diese Smoke-Range. Ich bin aus Versehen den Canyon runtergelaufen. Ist nicht schlimm. Komm's gleich wieder. Okay, wo ist da jetzt ne Aloha-Puppe? Ne, ganz unten. Die kannst du aber nur sehen, wenn du runterfällst. Deswegen würd ich dir jetzt mal nicht so empfehlen. Ja, ich bin ja schon unten. Oh! Oh! Jetzt bin ich hier oben. Ja, ja, eben. Oh cool, ich hab ne Waffe gefunden. Und wo seid ihr so? Kann man irgendwie runterkommen, ohne runterzufallen? Ach, wie kann ich nicht kaputt machen? Scheiben. Das find ich jetzt aber nicht so gut. Oh mein Gott. Oh, ich kann jemanden sehen. Oh, hier ist noch so ein riesiges pinkes Feld. Oh, eine Rutsche. Hä, das ist keine Rutsche. Sieht aber so aus. Ja, ist aber ein Weg. Ja, schön für dich. Ich nenn's ne Rutsche. Lass mich bitte nicht umbringen. Wiiiiiii! Piu! Ich hab dich noch nicht... Ich hab dich noch nicht mehr getroffen. Es gibt Schaden, ja, ja, aber... Oh, hier ist... Ich hab hier auch ein Errorfeld. Ja, ich auch. Das sieht voll cool aus. Lass uns mal Schach spielen. Schach? Ja, das sieht aus wie ein Schachbrett. Äh, ja? Hä, ja klar. Warte, du bist kein Traitor, ne? Nö. Versprochen? Ja. Okay. Dann werd ich jetzt hier mal ne Runde Snipern und gucken wer der Traitor ist. Okay. Da ist jemand. Du bist bestimmt der Traitor. Ne, bin ich nicht. Da sehe ich... Vairia, hallo? Hallöchen. Ich komm jetzt ruhig hoch. Ja, wahrscheinlich kommst du hoch. Ne. Das ist unser... unsere... unsere... äh... unser Home hier. Ja. Kommst du nicht hin. Jeder, der hochkommt, wird er schockt. Jeder, der hochkommt, wird er schockt. Machst du denn da? Geh weg. Geh weg. Bin weg. Das ist unsere Base hier. Genau. Ja. Kommst du hier nicht hin. Nee, du bringst mich nicht um, Michelle. Dann bringst dich um. Nö, ich bring dich nicht um. Das geht ja gar nicht mehr. Jeder, der hochkommt. Jeder, der hochkommt. Wir dürfen niemandem vertrauen. Jeder. Oh, ich würd jetzt so... Ah, ich hab sogar eine. Cool. Ha! Unsere Base hier. Don't go inside. Unsere Basement. Yo! Unsere Base hier. Voll krass. Yo! Hier kommt bestimmt gleich der Traitor hochgeflogen. Ah! Oh mein Gott! Die erschießen uns! Das ist... Hä? Wer war's? Wer war's? Wer war's jetzt? Ich war Traitor. Ich war Traitor. Gibt echt? Ich hatte vor, dass wir zusammen alle umbringen, bis ich dich dann am Ende umbring. Das war aber gemein. Ich hab dir voll vertraut. Ja, du konntest mir doch vertrauen. Ich wollte dich ja erst als aller allerletztes umbringen. Was macht dir da? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Massen-Schlacht? Ja. Wir feiern den Schlachtertag. Oh, ja. Toll. Bin ich schon wieder am Asturwerk. Ne, ich bleib' noch hier. Was soll das? Das wird ein Spiel. Bist du belästigt? Ja, ich werde belästigt. Äh, wieso brennt es hier? Ah! Feuer! Auch gut. Ich frag, wieso brennt es hier? Ach, wie rennt es hier? Ja, der Typ. War das. Nein. Voll. Mann, Arsch. Super. Hey, wo kommt man denn hier raus? Au, au, ah. Bin gegen die Wand gelaufen. Was ist das denn? Nee. Äh, 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 äh. Oh, ich bin ja Detective. Geil, ich kann mir was kaufen. Äh. Gehen wir doch ganz unten und hol den Köpfen. Äh. 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 Nein, geh weg. Äh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich bin, ich bin Detektor. Ich bin wichtig. Lasst mich in Ruhe. Hä? Deswegen beschützen wir dich. Ja? Ich vertraue dich aber nicht. Ich freu mich. Was soll ich mir holen? Einen Crapplinghook. Oder eine Heelstation. Ähm, Leute. Leute. Okay, und was mach ich mit einer Heelstation? Hinstellen. Oh. Oh. Oh, meine Staschenlande. Oh, okay. Äh. Äh. Leute. Guck mal hier. Wer ist das? Ähm. Guck mal hier. Leute. Leute. Hallo. Leute. Ja, was ist los, Laura? Guck mal da. Geht mal da rein. Das ist... Also, nein, geht da nicht rein. Aber... Also, das ist dunkel. Ich bin da... Also, okay, dann geh da einfach rein. Ich wollte nur fragen, ob da ein Tracerraum drin ist. Das wäre mega cool. Ich glaube nicht. Nee? Hä? Das wäre doch... ...perfekte Stelle dafür. Ich hab jetzt... Hier ist ein Drache drin. Gar keine... Drache? Ja, hier ist ein Drache. Hä? Ja? Hä, wo? Ja, hier ist ein Drache. Wo? Ich hätte bestimmt so verarscht. Er will auch die Drachen sehen. Wo ist denn hier ein Drache? Drache. Drache. Wo ist hier Drache? Seid ihr in der Höhle? Nirgendswo. Boah, Mann! Ich war voll so... Oh mein Gott! Wo? Oh mein Gott! Ich vertraue euch allen nicht. Oh mein Gott! Wo seid ihr denn jetzt? Hä? Oh. Ah. Okay. Okay. Hä? Wie? Hä? Was? Hä? Hä? Wie geht denn die Taschen am Band? Oh, ach so. Okay. Ja, hab's an. So Leute. Das ist mega cool hier. Ähm. Ja. Ich glaub, es ist jemand gestorben. Ja? Wo? Oder? Wo? Ja, irgendwer hat grad geschossen. Ich brauch ne Leiche. Ah ne, alles gut. Ne, alle Toten müssen alle. Du brauchst ne Leiche? Ja, ich bin, ich bin Detective. Ich will nachholen. Okay. Alles klar. Ich will das mal machen. Die Michelle, die braucht immer eben ne Leiche. Ja. Ja. Alles klar. Traitor, bitte jetzt jemanden umbringen, damit ich das mit diesem... Detective-Sein ausprobieren kann. Aha. Okay. Wer ist denn jetzt Detective? Ich? Ich bin's nicht. Wer? Michelle. Hey, du hast doch gerade gefragt, ob du ein Detective sein darfst. Nein, ich will ne Leiche haben, damit ich das ausprobieren kann, dieses, äh, überprüfen, wer die, wen... Ja, dann mach dir doch ne Leiche. Hier ist das Ding und Granate. Nein, ich will aber den Traitor so herdurchführen. Hier ist mir die Granate da hingelegt. Ah. Ne, der... Leck. Leck. Der... Nein, der hat... Der... Geh weg. Mann, doch, der hat doch gerade die Tür vorhin gebrochen. Der hätte mich schon längst umgebracht, wenn der Traitor wäre. Der läuft ganze Zeit mir hinterher. Ja. Der läuft mir schon die ganze Runde lang hinterher. Ja, okay. Der schießt gleich sowieso. Ja, ja. Ja. Ja, dann läuft es weg. Ja, scheiße. Das geht doch. Ich brauche keine Freunde. Ich hatte noch nie welche und ich werde auch niemals welche brauchen. Komm zu dir, Lara. So wird die Runde niemals enden. Ja. Ja. Wer war es? Wer war jetzt Traitor? Nicht schon wieder. Als auf Lara. Mein PC. Mein PC. Mein PC. Oh Leute, nee. Mein PC hat schon wieder keine Lust mehr. Ja. Okay, ich bin jetzt wieder mit dabei. Hm. Ich weiß nicht, wieso ich immer rausgeschmissen werde. Das ist mir auch so. Aua. Wer ist denn jetzt noch alles da? Wir sind ja zu viert, ne? Ich bin auch da. Ja, zu viert. Sag ich doch. Achso. Spielt ihr grad noch? Achja, ich spiele grad noch. Ja, okay. Tötet euch mal alle. Okay. Do it. Wo ist denn... Wo ist denn irgendjemand? Da. Oh. Tötet mich. Ist aber nur scheiße, wenn er Traitor ist, ne? Ah, okay. Dankeschön. Ja. Lavender Town. Hört sich total befeuert an. Als würde er über Lavendel wachsen. Das ist... Davon... Davon gibt's ne Creepasta. Das ist... Bei Lavendel? Nein, Lavender Town. Ach so. Weil die Musik davon ganz gruselig ist, von der Stadt. Okay. Und da sollen sich wohl früher in Japan Kinder deswegen umgebracht haben. Ja, das ist natürlich sehr beruhigend. Da spielen wir erstmal ne Runde T-T-T, ne? Ah, das ist so cool. I can't see. Oh yeah, I can't see. Oh Gott. Oh, die Musik läuft sogar. Äh. Äh. Oh nein, jetzt bringen wir uns alle um. Ja. Das ist die Musik davon, wie geil. Wartet mal Leute, drückt mich nicht um mich, ich muss mal grade was einstellen. Jo, kriegt echt Bock mich um zu sehen. Hä, ich bin in so nem komischem Auto. Wie gruselig ist das denn? Ja, ne? Und das ist einfach die richtige Musik von dem Pokémon- von dem Pokémon-Spiel vor der Stadt. Alter. Ich kann nix einsammeln. So kann ich denn nix einsammeln. Ist die Stadt immer schwarz-weiß? Äh. Äh. Meinst du jetzt im Pokémon? Ja. Ich glaub das war ein ältere Spiel, wo die... Oh, hallo! Na? Willst du dich umbringen? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Nee? Bist du Traitor? Sei ganz ehrlich. Nein, ich bin innocent. Sicher? Ja. Wirklich? Ja. Ach man, jetzt sind wir ja nur zu viel. Jetzt gibt's kein Detective. Wirklich? Ist ja viel... Du legst auch gut, du legst deine Waffe weg und hast ne neue. Ja, hier lag ne andere, die ist besser. Ha. Das ist voll gruselig hier. Ja, ne? Ein bisschen. Kann man hier auch rein? Nee. Hä? Oh, ich komm hier nicht mehr raus. Oder? Ich bleib jetzt bei Lara. Weil's zu gruselig ist alleine. Hier müsste mal irgendwie so'n, äh, Gemscare kommen. Nein. So von so'n entstellten... Von so'n entstellten Pikachu oder so. Äh, nee. Oh mein Gott, ich komm hier einfach nicht durch! Ist das ein Labyrinth oder was? Ist das denn jetzt mal durchgekommen? Hier müsste eigentlich auch ein, äh, Friedhof in der Stadt sein. Was? Ja, super. Ist das denn hier ne Stadt? Wenn's original nachgestellt ist. Ja, ich bin bei einem Spielhof. Was? Wo bin ich? Ich bin bei einem Spielhof. Hier, hinter dir. Ich werde auch hin. Wo? Hier. Ah, wir kommen hier raus. Wir kommen hier lang. Nee, wir kommen da nicht lang, wir sind jetzt hier raus. Nein, da! Hey, don't. Du kannst doch da hinten die Treppe lang. Nein, da hinten die Treppe ist in eine andere Richtung. Hä? Ja. Wir kommen jetzt schon sonst raus. Das geht nicht. Wo bin ich denn jetzt? Äh. 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 Ja. War ich grad auch. Hä? Jetzt? Kommen wir denn wieder hier raus? Hä? Oh nein! Scheiße! Oh mein Gott! Ich komm mal mit. Hä? Komm an, dann bitte wieder hier raus. Hä? Wo bist du denn? Äh, wir sind in so einem Labyrinth. Äh, ich find hier grad nichts. Ich ist... Hä? Geh nicht in ein Loch in der Wand! Da hinten. Da ist der Friedhof. Hier? Hier. Nein, warte auf mich. Ah, ich bin da durchgegangen. Oh, oh! Äh. Kommst du auch? Kann da durchgehen? Oh. Ja. Kommst du? Kann... Oh, wie toll! Hey, was macht man denn hier? Ich bin begeistert. Ah, wir sind erschrocken! Boah! Oh! Und jetzt? Ich weiß ich nicht. Was müssen wir jetzt machen? Hä? Wie dumm ist das? Wir kommen hier nie wieder raus! Leute, geht nicht in das Labyrinth! Das ist voll schrecklich! Hä? Wir kommen hier nie wieder raus! Oh, oh, oh! Okay, jetzt... Hä? 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 Ich mag die Map jetzt schon! Mann, wie kommt man denn hier raus? Das verwirrt mich! Ich mag die Map nicht! Das macht mir Angst! Ich mag die Map nicht! Ich bin jetzt hier raus! Ah, hallo! Hallo! Du bist im Arsch! Du kommst hier nie wieder raus! Ja doch! Nein! Ganz sicher nicht! Wir kommen hier auch nie mehr raus! Dann könnt ihr einfach zurückgehen! Ja! Mach mal! Hey, guck mal! Ich bin raus! Einfach hinten gegen die Treppe rennen! Hä? Ja! Hä? Du kannst aber hier nicht raus! Einfach so! Gegen die Treppe rennen! Wo ist das Loch, wo ihr reingegangen seid? Das war das Wichtige! Ich bin hier drin gespawnt! Ja, ich auch! Und jetzt! Gegen die Treppe rennen! Scheiße! Was macht ihr denn da? Wie cool! Geht doch weg hier! Au! Ja! Jetzt fass! Ich fass immer noch kurz vor. Die Treppe rennen doch ein bisschen. Ja! Ach sich hab wieder schnellaçõesh pohle! Ja, genau! Ja! 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 Dämp' Genau! Ja! 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 Was war das? Was war das? Hä? Hä? Was? Ja, ja, nee, das sind jetzt unfair. Erklärung bitte. Erklärung. Erklärung bitte. Das ist nicht fair. Das ist, wenn du einen killst, dann wird er unsichtbar und geht woanders hin.